Hallo hier, in einer weiteren Folge von mir in Star Wars Outlaws. So, rein hier. So, beim letzten Mal konnten wir von dieser Treibstoffstation flüchten. Und sind jetzt irgendwie so weit jetzt scheinbar angesehen hier im Untergrund, dass wir jetzt endlich Aufträge machen können. Hm, da passiert nix. Ja, wie gesagt, jemanden suchen. Irgendwas überkommen, Link. Da haben wir es. Da hat Gorak hintergangen, weil er ihm nicht den Weg zu einem Casino-Kreuzer bezahlen wollte. Halt ihn nur am Leben. Ach, natürlich war es, Tislak. Also, stehlen wir den Kommlink nix. Wie können wir den stillen? Hey, hol's dir. Sehr gut, mein Freund. Baka, kannst du ein Kommlink-Signal für mich nachverfolgen? Ich hab dir die Frequenz geschickt. Ich bin ziemlich beschäftigt, aber gut. Wie es aussieht, stammt das Signal von der Rempali-Station in der Nähe von Toshal. Ah, dann geh ich wohl nach Rempali. Kannst du der Bahnbrecher nicht etwas ruhen? Sie hat eine Menge mitgemacht. Reg dich ab. Sie ist ein Schiff. Ernsthaft? Äh, Entschuldigung, falscher Button. Warum kann ich die immer noch nicht machen? Vielleicht schon. Das heißt, wir müssen jetzt theoretisch irgendwie abhauen. Toshal-Orbit. Toshal-Orbit. Ich überleg gerade. Warte mal, war hier nicht auch noch? Genau, machen wir den. Auftrag. Ich will den Tresor rauben. Noch knacken, endlich. So, das heißt, wir gehen auf die Karte. Das heißt, wir gehen dann... Oh, wir können hier eine schnellere Säden machen. Sehr schön. Was? Ich suche einen Schiffsmechaniker. Schiffsmechaniker. Ja, wenn ich aber den Schiffsmechaniker aufrufe, ihr Helden, ne? Dann kriege ich immer die nette Antwort, die ist nicht verfügbar. Wenn Sie eine Schiffsmechanikerin brauchen, eine bessere gibt's nicht. Hey! Oh! Okay. Eine Laserkanone, die Bahnbrecher als Hauptwache dient. So, dann Verteidigung. 1.600, 51, 5, Rechner hätten nun Dura-Stahl. Warte mal kurz, bevor ich hier was anwerfe. Dura-Stahl. So, dann machen wir das. Können wir das auch noch machen? Oh ja, wir können es immer noch machen. Und hier hatten wir auch gerade irgendwas. Verbesserte... Naja, die Credits. Die töten uns gerade wieder. Und wir haben nicht genug Recheneinheiten. Torpedos, Ionen-Raketen... Warte mal, da ist es, was man alles braucht. Kann das aussehen? Da, da, da. Hm. Okay, wir können das nehmen. Ja, nehm ich über die. Da. Äh. Kann ich meinen Blaster eigentlich? Nee, ne? Momentan kann ich da nichts machen. Sehr gut. Kannst du Wohle zugreifen? Ich hab's gewusst. Die macht irgendwas. Wohle Tisch. Lokaler Vermittler. Schalte weitere Mittler frei, indem du sie in Kantinas und Vierteln findest. Aha. Funktioniert nur gerade nicht. Gut. Gut. Nein, nicht wirklich. Oh. Tunnelboost. Da muss ich hin. An diesem Point muss ich hin. Moment. Hat er schon wieder nicht genommen? Ja, auf Karte zeigen. Der Verräter. Nein. Och. Ich hab das wieder selbst gehauen. Ich bin selber schuld gerade. So, auf Karte anzeigen. Sag mal, willst du mich verarschen? Nein. So. Folgen. Auf Karte anzeigen. Alter, entweder bin ich zu dustig gerade. Hat das genommen. Ja. Auf Karte anzeigen. So, der Verräter. Aber wir müssen da die Schlüsselkarte. Gut. Neue Schlatzposition. Der Schmelztiegel. Äh. Jetzt geht's los. Ne. Ne. Okay. 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 Wir müssen irgendwo hier hin. So, du bist das ja auch auf der Station gleich, ne? Das ist aber da eng. Oh, neue Karte verfügbar. Okay. Hallöchen. So. Hier müssen wir hin. Hier haben wir einen Gleiter. Hier haben wir eine Schiffsmechanerin. Hier haben wir einen Verräter. Das heißt, wir müssen... ...einiglich nur in die Richtung. Okay. Also gut. Komm, nix. Es sollte nicht lange dauern, Tislak zu finden. Vielleicht weiß die Barkeeperin ja was. Schiffsmechaniker. Laserkanone. Ja, wir können grad nix machen, wenn ich genug Geld, ne? Oh, neuer Auftrag. Yes. Sollte leicht sein. Mhm. Das könnte ein gutes Versteck vor einem Unterboss sein. Jo. Die Frage ist aber... Wir müssen eigentlich hier lang, ne? Wir haben das hingeknackt. Du kannst ja mal im Kopf balten. Was soll da dann in diesen... Achso. Es ist auf Toshara. Ich habe Informationen von einem... Äh, von den Einheimischen eingeholt und bin überzeugt, dass die gestohlene Fracht hier auf Toshara ist. Anscheinend gibt es einen Übergabepunkt am Fuße des Berges westlich der Amberin-Schlucht. Ziemlich sicher, dass es hier in der Nähe vergraben ist. Wir treffen uns ja und das Hoffnung, um weitere Schritte zu besprechen. Kannst du dir vorstellen, wie es sein wird, wenn wir nach all der Zeit fündig werden? Schönen Schatz. Neue Information. Und das hier. Und der Händler ist hier. Okay. Damit du mit den Waren abhauen und es auf Räuber schieben kannst. Das waren 50 bis an die Zähne bewaffnet. Ich hatte keine Chance. Ich hatte keine Chance. Ich gehörte was nach Schandhaus zu finden. Woher hattest du die Kredite? Okay, also müssen wir hier einen haben. Aufträge ansehen. Hier können wir uns unterhalten. Das ist ja die Hackerin. Ich fliege nie wieder, wenn ich übermüdet bin. Das ist alles deine Schuld. Reiß dich zusammen. Wir müssen dahinter kommen. Wenn wir die Ware nicht morgen bei Christa abliefern, reißt sie uns die Köpfe ab. Gehen wir mal alles durch. Wo sind wir auf dem Weg vorbeigekommen? Da war doch dieses Lügelnest. Und an mehr kann ich mich nicht erinnern. Das Lügelnest ist ein Anfang. Da starben wir unsere Suche. Oh, ne Weltraumfacht. Eila, hey. Hast du schon einen Plan? Ich hab Optionen. Gut dich zu sehen, Wes. Wow, diese Ähnlichkeit. Ah, du kennst also Rico. Komm schon, ich bin Hackerin. Glaubst du, ich weiß nicht, wer Rico Wes ist? Die Legende? Aha. Weißt du, sie hat mich eine Menge Aufträge gekostet. Ich hab sie ewig nicht gesehen. Klingt ganz nach Rico. Tja, sie blieb immer gern alleine. Auf jeden Fall. Aber mit dir würde ich jederzeit arbeiten. Pass auf dich auf, Kay. So. Geh noch einmal hier, oder? Da ist dieses komische Spiel, was ich nicht kann. Oder noch so gesehen noch nie gemacht habe. Jetzt gucken wir uns mal hier den Händler an. Ich habe einen Auftrag, der für einen Menschen wie dich interessant sein könnte. So. Toshara. Mirogana, Mirogana, Mirogana-Tal. Liefer Warn an die Arbeiten. Schnellreise eingeschränkt. Beschaffe Daten von den Pikes. Überfall das Banditenlager. Wollen wir die Warn abdehnen? Verschlossen. Dazu muss der Ruf ausgezeichnet sein. Wollen wir den machen? Können wir nicht machen, ne? Vom Mirogana ins Mirogana-Tal. Weißt du was? Wir können ja mal alle annehmen. Wenn wir schon hier sind. Kein allzu großer Auftrag. Aber besser als nichts. Genau. So. Ich habe keine Aufträge, mit denen ich dich betrauen kann. Ist gut. So. Also wir haben jetzt hier die Aufträge. Lokale Vermittler. Zwei Aufträge. So. Vermittler von anderen Welten. Haben wir auch nicht. Aufträge verwalten. Gut. Aber da wir jetzt ja hier sind. Wir haben jetzt übrigens die dritte Karte, ne? Das heißt doch eigentlich, wir können dann jetzt in diesen Tresor bei den Crimson Dawns da einbrechen, ne? So. Rein da. Nur, äh, ne Ventilwartung. Gut beschäftigt? Gott. Dattenblock lesen. Ich kündige. Ich schicke dir diese Nachricht ans ganze Team, um euch allen zu sagen, dass ich kündige. Es gab eine kleine Meinungsverschiedenheit und ich habe den Abteilungsleiter ausgenockt. Ist nicht mehr zu ändern. Ich nehme meine Brüal Blaster Pistole und gehe heute Abend. Eine ehemalige Kollegin von mir arbeitet auf Nahshadar und hat mir bereits eine Stelle organisiert. Ich werde in einer Schmugglerbar wohnen. Spreche mit dem Barkeeper. Sprecht mit dem Barkeeper. Es ist ungeduldig und meckert, er ist ungeduldig, meckert ständig über Unruhestifte, aber er wird euch zu mir führen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Okay. Haben wir hier irgendwas noch gelassen? Nee, ne? Da sind irgendwie noch Sachen. Komme ich da rein? Schön, dich zu sehen. Nee. Ist das Rotlicht oder komme ich da? Da kann ich einfach so reingehen? Okay. Ich habe jetzt gerade echt gedacht, da passiert noch was. So, jetzt unterhalte ich mich wohl mit denen hier, wa? Der Pike-Informant. Unsere Strategie ist, den Pike-Informanten mit Samthandschuhen anzufassen. Schmeichel ihm. Die Wachen sind zu seinem Schutz da. Bring ihn zum Reden. Wir wollen wissen, wer Goroks Geschäftspartner sind. Wie seine Expansionspläne aussehen. Sobald du ihm alles aus ihm herausgequetscht hast, kannst du mit ihm machen, was du möchtest. Das ist ja interessant. Ich muss ihm schmeicheln. Okay. Er könnte das zwei-, dreifach an Profit einfahren, aber er hört nicht auf die Stimme der Vernunft. Er hört nicht auf die Stimme der Vernunft oder er zahlt einfach nicht für deine Besucher auf dem Casino-Kreuzer? Das waren Geschäftsreisen. Ah ja? Erzähl mir davon auf dem Weg zurück nach Mirogana. Warte! Was auch immer er dir zahlt, ich zahle das Doppelte. Crimson Dawn hat mehr als genug Kredits. Äh... Ich ziehe den Auftrag durch, für den ich angeheuert wurde. Also, los geht's. Hilfe! Sie hatten einen Blaster! Oh! 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 Was machen wir jetzt mit dem? Aha. Ja, ja. Weißt du, mein Plan bestand aufs Meer als einem Casino-Besuch. Eine ganze Operation war geplant. Vom Zinken von Sabag-Partien bis hin zu gewichteten Glückswürfeln. Ich hätte ein Vermögen gemacht. Glaubst du, du bist die erste Person, die davon träumt, ein ganzes Casino auszunehmen? Hm. Du würdest die Feinheiten meines Plans gar nicht verstehen. Mhm. Bestimmt. Ah. Ja. Möchten Sie Ihr Schiff aufrüsten? können wir jetzt starten ich glaube ne wir können nicht wir können nicht das ist ja zur bahnbrecher habe ich doch gemacht also gut machst du nicht allzu gemütlich fertig nicht ach so und die verküsse und paket mit gleiter teil so was haben wir hier noch sind die katze hatten okay ich habe gehört dass wir du hast ja ein paar freunde gemacht und ein paar feinde das ist gut das heißt du machst dir langsam einen namen hier ist etwas womit du die pikes verkümmsten umdreht sich sämftigen kann so sind wir daten beide sind die karte wollen sie also gibt sie einfach einem ihrer händler und der legt dann ein gutes wort für dich an trifft eine wahl je nachdem wie die gerade nützlicher ist und wenn du noch mehr sind die karten findet dann über gibt sie nicht unbedingt sofort manchmal ist es besser sie für schlechte zeiten aufzuheben kommt vorbei wenn du einen moment zeit hast ich habe immer aufträge für jemand mit deinen talenten danke geht nicht mehr die machen uns kein ärger mehr ich hoffe du bist bereit genau mach das mit korak aus genau mach das mit korak aus mit So you just move? immer schön sagte genau sprich mit Gorak der Verräter Schnellreise ist nicht verfügbar willst du mich verohne pipeln? was soll ich denn hier gerade werden? jetzt muss ich da echt hinlaufen also ganz ehrlich manchmal wünsche ich mir schon die Schnellreise in den wünsche ich mir schon in den Missionsschnellreise das worum die jetzt gerade blockiert ist weiß ich nicht aber wir wollen wir keinen Kopf mehr sind wir gleich da eigentlich ist ja schon kann man sagen Flüsterkneipe get out of there get out of there Du bist zurück? Hast du mein Problem gelöst? Äh, ja, ja, und ich hab ihn auf meinem Schiff. Sein Name ist Tislak Shah. Tislak. Ich hätte es wissen müssen. Das sieht ihm ähnlich. Was für ein jämmerlicher Plan! Ich lass ihn abholen! Aber jetzt, fort mit dir! Sooo. Da ist zwar jetzt ein bisschen weniger geworden, aber das war eh schon sehr gut. Dafür ist jetzt aber endlich mein Ruf. Äh, ein weiter. Hörgegangen bei den Pikes, auch wenn es immer noch nicht so sehr gut ist, aber egal. Auftragsvermittlung. Ja, ich weiß, dass wir da noch einen Auftrag haben. Auch da weiß ich's. Händler. Wir hätten ein Dings, aber Hütten ist noch nicht wild. So, äh... Wir haben den Tresorraum. Das heißt, wir können uns jetzt auf den Weg dahin machen. Ach, warte mal kurz. Einmal eine Schnellreise. So, irgendwo hier finde ich diesen Raum und ich muss da jetzt hinkommen. So, das werde ich jetzt auch schön versuchen. Will ich behaupten? Ich werde das hier zuhören. Ähm, ihr dürft gespannt sein, ob ich das schaffe. Das seht ihr nämlich dann in der nächsten Folge. Und in diesem Sinne wie immer. Bis denne.